Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Kura und seiner Kuh. Wir werden heute mit dem Fallschirm im Auto auf der Yacht landen vom Mace Tower. Und, habt ihr alle Lust? Dann hupt mal, oder? Lichter an und aus. Ja, und? Ein paar Lichter sind kaputt, oder? Okay, gut, dann wollen wir mal los in 3, 2, 1, go, los geht's! Nein! Nein! Scheiße! Nein! Nein! Warum ging das nicht mit dem Fallschirm? Ich hab doch huuup betätigt. Nein! Nein! So ein Scheiß. Aber egal. Mal gucken, wer es alles schafft. Wir gehen mal zum Flughafen. Äh, ne, zum Strand. Warum ging das gar nicht? Verstehe ich nicht. Ach so, mit X. Ah, ne. Egal, mal sehen, wer zuerst da ist. So, Friedrich, beobachte das mal. Wir gehen mal schnell zum Strand. Nein! Nein! Ah! Schnell, schnell, schnell. Wir müssen schneller da sein. Oh, oh! Nein! Ah, nein! Ah, Mann! Blödes Fahrzeug. Ich hab nicht mal den Fallschirm auf. Vorne steht mal länger. Und? Och, die schaffen das. Guck mal, sieh mal an. Oh, guck mal. Das könnte ich auch noch schaffen. Guck sie mal. Nein! 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 Wir gehen unter! Nein! Scheiße! Das könnte so schön sein, ey. So, wir treffen uns bei der Yacht. So, jetzt heißt sie schwimmen. Und? Hat das jemand geschafft? Noch nicht. Die sind vorher abgestürzt, oder? Wo seid ihr? Doch, da fliegen die noch. Ne, da vorne ist die Yacht. Ein paar Leute sind drüben. Haben es nicht alle geschafft. So, ich will das Auto gleich sehen. Bin gleich da. viel Schlag von mir. Ich kenn mich nicht so gut aus mit Autofahren. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Links und rechts. Rezophori hat es geschafft. Noch jemand? So, schau mal gut aus. Bin gleich da. Chris hat es geschafft. Chris hat es geschafft. Maxi hat es geschafft. Ich bin ein Loser. Ich kann das nicht. Bin schlecht. Bin ein Lappen. Bin eine Schlampengörre. Der Schiff muss sich auch noch Schlampengörre nennen. So. Wo seid ihr denn gelandet hier auf dem Schiff? Ist hier unten jemand gelandet? Ne. Ach, da oben alle. Guck mal. Sehen wir an. Chris, Josefhori. Und Boss hat es auch noch geschafft. Uh. Digga. Wo sind die anderen? Ich geh mal nach drüben. Ah. Ah, das tat weh. Das tat weh. Mal steigen. Alles klar. So, komm runter. So, ihr habt ja die Fahrzeuge hier oben, ne? Jetzt dürft ihr die anderen Leute abballern, die hier auf dem Schiff sind. Mit dem Raketenwerfer, was da dran ist am Fahrzeug. So, und wir müssen abhauen von euch. So, bis alle tot sind. Ja. Super. Ist mein Schiff, wa? Ja. So, und wir müssen euch verschießen, ja. Mit Granatenwerfer. So, wir dürfen Granatenwerfer benutzen. Oder Handgranaten. Komm. Weg damit. Der hat sich nochmal in Sicherheit gebracht. Aber der kann sich nicht retten, weil der stürzt ab dem Meer. Oder? Los, los. Knallt ihn ab. Knallt ihn ab. Ja. Schafft er nicht. Ja. Der ist untergegangen. So. Auf der anderen Seite ist noch einer. Komm hin. Hubschrauber da oben runter. weiter. So, wir müssen die Fahrzeuge zerstören. Die müssen uns zerstören. Ah, da ist niemand mehr drin. Wem gehört das Auto denn da? Und weg damit. So, wer zuerst ist, schreibt, darf alle töten. So, das war's meine lieben Zuschauer. Von dieser Folge hat wieder Spaß gemacht mit euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dir hat die Folge gefallen? Und möchtest auch gerne dabei sein? Dann schau. In der Videobeschreibung dort ist alles verlinkt. Wie man dabei sein kann. Wie man ein Teil sein kann. Wie die Regeln sind. Oder vieles mehr. Oder Kanal der Woche. Oder Abonnent des Monats. Da könnt ihr wirklich alles erfahren. In der Videobeschreibung. Oder wenn du Fragen hast, dann schreib. Hashtag deadpictures. Und dann deine Fragen. Frage 1, Frage 2, Frage 3. Es können wirklich alle Fragen sein. Oder Funfragen. Und das findest du alles in der Videobeschreibung. Und jetzt kannst du abschalten. Bis bald.